Hallo aus Mugello. Die Techniker und Fahrer machen sich schon bereit, denn das Qualifying startet in wenigen Minuten. Die Wetteraussichten sind hervorragend. Die Fahrer und Teams können sich also in der Vorbereitung zum Rennen ganz auf die persönlichen Feinheiten und Geschmäcker konzentrieren. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020